Briegel Ja, Walker Volltretenapplaus Bitte schützen Für die Wiederholung der Ball war Gut geteilt, aber natürlich aus dieser Distanz kein Problem Für Toni Schumacher In der Mannschaft mit der 13 Wir werden ihn gleich sehen für Jana Und der Schuss Das war ich mal mit der 14 Und mit der 13 Vorstopper, das ist soll nicht Wir hatten wie immer vor Spielbeginn die offiziellen Nummern erhalten Und danach gerichtet Wie gesagt, jetzt die Korrektur Ich bitte um Nachsicht, aber Rummenigge Briegel noch einmal der Münchner Briegel Rummenigge Abseits wird signalisiert Abseits Von Fischer und von Borchow Wieder an Wurde meist eingewechselt Und Rummenigge Auf einer starken Seite Mit der Dritte Gegen Dolny Gute Falkontor Ja Ein echter Fischer Ein echter Fischer Er kam mit Anlauf Hier kommt die Wiederholung Ball vorbeigelegt Mit Effee Und dann Sein Bewacher steht Was soll er machen? Bei diesem gedrehten Ball Wenn man steht Aus der Bewegung kam Der deutsche Mittelstürmer Und er wuchtet den Ball als Aufsetzer Insnet Dieses Kunststückchen hier Bunyek Ogasa Ogasa Zwei polnische Spieler Waren Beide noch Im Trainingsanzug Werden dann ihr Kontingent erschöpft Wenn einer von beiden kämen Müller Müller und Rummenigge Und Tor Ist das schon Tore mit Ansage Das könnte man sehen Aus vollem Lauf Und die Hohlen Ticken dreschen Den Ball Jetzt Die Zuschauer Sie sind enttäuscht Dieser Lauf von Hansi Müller Der hier noch einmal kommt Voll durchgesprintet Aus der Drehung Butterweich Keine Abzeit Sie sehen es ganz deutlich Und dann geht Der Fußballer Des Jahres Der Fußballer Europas Kein Risiko ein Er lässt mit viel Gefühl Den Ball abkommt Ich glaube Ich glaube Ich bin bis zum Jahre Der Fußballer Europas Heines Er lässt mit viel Er lässt mit viel Abzeit